Hey ho Mattspinnenjäger! Steht ihr auch unter Spannung? Wenn ja, dann lasst uns heute einen kurzen Blick auf das Elektro-Tutorial werfen. Ich zeige euch, wie man Kabeln verlegt. Glücklicherweise hat sich nicht viel geändert von 19.6 auf die neue 21.1er. Deswegen schauen wir das mal ganz kurz an. Ich hoffe, dass euch das Update bzw. diese Auffrischung noch helfen kann. Ansonsten zeige ich euch vielleicht ein paar neue Tricks. Fangen wir gleich mal mit dem Solarmodul an. Das Solarmodul erntet, wie jedes andere Solarmodul natürlich auch, die Energie direkt von der Sonne. Hier können wir Solarzellen einlegen. Die können wir nicht finden, also zumindest nicht draußen irgendwo in den Loots, sondern die kriegt man nur beim Händler einzig und alleine. Am Anfang kosten sie ein bisschen viel, deswegen sollte man beim Handeln ein bisschen skillen, damit man bessere Preise bekommt. Und ich zeige euch hier in einem anderen Video noch, wie ihr ziemlich schnell an einen ganzen Haufen Kohle kommt, damit ihr euch die entsprechend auch leisten könnt. Dann natürlich hier auch noch der Generator und die Batteriebank. Die Batteriebänke sind großartig, die könnt ihr immer wieder aufladen und als Quelle dient euch hier natürlich die Solaranlage oder eben ein Generator. So, wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir, dass die maximale Ausgabe auf 0 Watt liegt. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier noch keine Batterien drinnen haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Level 1 und eine Level 5 Batterie. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Level 1 Batterie einlegen, dann sehen wir, dass wir hier eine maximale Ausgabeleistung von 29 Watt haben, was schon ziemlich beachtlich ist, aber teilweise noch nicht genug. Der Grund dafür ist recht simpel. So, ich suche mal hier ein paar Lampen raus, ein paar Verbraucher. Viele davon könnt ihr natürlich auch normal craften, das sollte kein Problem sein, aber ich nehme die jetzt aus dem Creative Menü. So, hier ein Schalter zur Demonstration. So, jetzt ein bisschen tiefer hier. So, dann haben wir oben noch einen Platz. Wir sehen jetzt auch schon, wir können hier die Batterie direkt mit der Lampe verbinden oder wir können die Batterie über den Schalter und dann mit der Lampe verbinden. Und jeder Zubringer kann maximal einen Zubringer haben, aber mehrere Abnehmer. Das bedeutet, wenn wir jetzt da hier drauf gehen, dass wir die Batterie direkt mit der Lampe verbinden haben und nicht über den Schalter. So, dann können wir mit dem Schalter das einschalten und jetzt brauchen wir natürlich noch den Versorger. Nachdem wir hier die Batterie hineingegeben haben, schalten wir diese noch ein. Damit sind die Batterien gelockt. Und wir sehen jetzt auch schon, dass das Licht sofort zum Leuchten anfängt. Das können wir natürlich über den Schalter steuern. So, was passiert jetzt, wenn wir hier mehr Abnehmer haben als die 29 Watt Ausgabeleistung? Wir sehen hier, 7 Watt hat die Lampe. Dann nochmal 7. Verbinden wir das, sind wir auf 14. Verbinden wir das hier auch. Das ist aber jetzt der falsche. So, mit dem unteren, mit dem oberen verbinden. So, dann nehmen wir noch eins dazu. Also 7, 14, 21 sind wir auf 28 Watt. Unterschalter hier nimmt auch noch ein Watt weg. Da sind wir jetzt genau auf 29 Watt. Das ist genauso viel, wie wir herausnehmen können. Damit sind wir eigentlich schon am maximalen Ausgabeleistung angekommen. Man sieht jetzt, wenn man hier mehr Verbraucher ansteckt und die verbinden möchte, dann springen die nicht mehr an. Also alles, was dahinter ist, funktioniert dann nicht mehr. Und das ist recht willkürlich, welche von denen dann nicht angehen. Meistens sind es dann einfach nur die letzten. Man sieht das eh sofort, wenn ich diese Lampe hier wegnehme von der Verbindung, dann springt das sofort wieder an. Aber ich kann die nicht mehr zurück verbinden. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Deswegen müssen wir die Ausgabeleistung erhöhen. Das machen wir. Anlocken wir das mal. So, jetzt haben wir noch mehr Slots. Wir haben hier noch diese Level 5 Batterie hier drin. Die nehmen wir, gehen wir rein und jetzt haben wir eine maximale Ausgabeleistung von 47 Watt. Nehmen wir die hier mal raus. Wieder rein. Ja, 45 Watt ist von der Level 5 Batterie. So, da sind wir. Jetzt ist das auf einmal kein Problem mehr, dass wir das verbinden. Alle Leuchten und wir können hier bis zu diesen 47 Watt auf jeden Fall problemlos Verbraucher anhängen. Vergesst auch nicht, alle Schalter, alle Relais, alle Zeitschaltuhr, alle Sensoren dazwischen sind auch Verbraucher und verbrauchen dementsprechend ebenfalls den Strom. So, schauen wir uns einmal den Generator an. In den Generator kommen die Motoren hinein oder auf Englisch auch Small Engines genannt. Das sehen wir hier. Jeder Motor hat eine Ausgangsleistung von maximal 50 Watt. Das heißt, pro Generator können wir hier auf 300 Watt Ausgabeleistung kommen. Stocken wir das hier auf. Als Brennstoff kommt hier natürlich Benzin dazu. Das ist einer der Gründe, warum ich häufig in der Wüste kampiere, weil da das Eul-Shell sehr leicht zu finden ist und man fast eine unendliche Quelle hat. Aber neben den Abgasen kommt dann natürlich auch noch das Geräusch dazu, was sehr nervig sein kann. Wir können jetzt mit dem Generator direkt auch hier hingehen und die Abnehmer damit powern. Oder wir können mit dem Generator auch die Batterieversorgung wieder aufladen. So, ist das eingeschalten. Man sieht, dass hier leuchtet sofort wieder auf. Wir haben hier 50 Watt Ausgabeleistung. Das heißt, wir können hier schon einiges an Lampen hinhängen. Verbinden wir die mal durch. Bei einer schönen Lichterkette. Aber ich glaube, das Prinzip ist euch bis jetzt da schon so weit geläufig. So, damit wir das Solarpanel benutzen können, brauchen wir natürlich diese Solarzellen. Wie schon gesagt, die findet ihr beim Händler. Je besser euer Handle-Skill ist, umso bessere Solarzellen könnt ihr kaufen. Natürlich sind die dann auch schon verdammt teuer. Das einzig Wichtige ist, man muss darauf achten, dass die Solarzellen genau unterm Himmel sind. Das bedeutet, das Einzige, was man drüber geben kann, sind dann noch diese Iron Bars. Oder vielleicht dann ein Glas funktioniert nicht. Das hat beim Glas bei mir nicht funktioniert. Aber man sieht das eh da oben auf meinem Greenhouse. Da habe ich Iron Bars. Und normalerweise schützt ihr es auch vor den Zombies, damit die da nicht übergriffig werden und die zerstören können. Oder dass andere Spieler kommen und euch einfach eure Solarzellen aus dem Paneel heraus stehlen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also nutzt Iron Bars und umgebt das Ganze, kapselt das gut ab. So, um das Ganze in Betrieb zu nehmen, gehen wir da wieder rein in das Menü. Locken das Ganze mit 47 Watt Ausgangsleistung. Sollte das eigentlich ausreichen für ein kleines bisschen. Gehen wir auf den Schalter und man sieht schon, es gehen nicht alle Lampen an. Aber natürlich mit mehr Zellen drinnen und einem gut aufgeteilten Stromkreis kann man damit schon eine gute Base versorgen. So, der einzige Nachteil, den wir jetzt natürlich hier durch haben, ist, dass das Ganze die Sonne braucht, um zu funktionieren. Wenn es aber zum Beispiel Nacht wird und die Sonne untergeht, so wie jetzt, dann ist es dunkel. Das ist natürlich ganz klar, es gibt hier keinen Versorger für das Solarpanel. In dem Fall können wir entweder auf das Aggregat umswitchen oder wir haben eine andere Möglichkeit. Wir können die Batterien benutzen. Und tagsüber laden wir die Batterien durch das Solarpanel. Das heißt, tagsüber versorgt ihr das Solarpanel die Abnehmer und ladet dann die Batterie auch noch auf. Und in der Nacht ist die Batterie dafür zuständig, dass ihr genügend Strom zur Verfügung habt. Natürlich, wenn ihr hier mehr Batterien reingebt, dann habt ihr auch mehr Kapazitäten zur Verfügung, die ihr in euren Stromkreis einbringen könnt. Und hier die Haltbarkeitsbalken zeigen euch an, wie stark die Ladung der Batterien ist, wenn die auf Null sinkt, sind die Batterien nicht komplett gedamaged, sondern sie sind einfach nur leer. Sehen wir uns die verschiedenen Sensorentypen einmal genauer an. Fangen wir doch einfach einmal am besten mit dem bekanntesten an. Und das ist der Bewegungssensor. Er sieht aus wie eine Kamera und reagiert natürlich auf Bewegungen, auf Objekte, die vor seiner Linse laufen. Wir haben hier natürlich auch noch die Stolperfallen. So, und die Druckplatten nehmen wir auch gleich heraus. Der Bewegungssensor ist recht simpel zum Konfigurieren. Man platziert ihn zum Beispiel hier irgendwo, wo er eine gute Übersicht hat. Dann verbindet man direkt die Stromquelle darauf. So, und dann von dem Sensor auf das Element, das ihr ansteuern möchtet. Das kann jetzt der Licht sein, das können Alarmsirenen sein, das können natürlich auch Türen sein. Man sieht das auch, wenn man den Sensor jetzt deaktiviert, dann ist das grau, ah, ist nicht grau ausgeleuchtet. Der Grund dazu ist, weil wir gerade Strom von der Solarzelle beziehen und nicht von der Batterie. So, haben wir die Batterie abgedreht und nicht mehr verbunden. Jetzt sieht man schon die Nummer, die 5 Watt von dem Sensor sind grau ausgegraut. So, schalten wir es wieder ein. Sie sind gelb, das heißt, wir haben jetzt einen Hotwire, einen heißen Draht. Den verbinden wir hier mit dem Tor. Und zack, dadurch, dass ich im Sichtbereich stand, ist die Tür gleich aufgegangen. In der Standardeinstellung von dem Sensor, hier, hat man bei der Verzögerung und die Auslösedauer immer auf sofort und immer eingestellt. Hier kann man natürlich auch noch aussuchen, ob man nur auf sich oder auch auf Freunde oder auf Zombies oder auf Fremde reagieren möchte. Ich lasse es jetzt einmal auf mich und auf Freunde eingestellt. Das sollte ausreichen. Und hier unten gehen wir die Stromversorgungsdauer statt auf immer dann nur noch auf getriggert, also auf ausgelöst. Hier unten, das ist die zweite Option. Immer bedeutet, dass dann permanent Strom laufen würde. Wir gehen auf ausgelöst. Dann haben wir hier unten noch ein kleines Fenster. Mit dem können wir die Kamera ausrichten, wenn wir hier draufklicken. So, da wollen wir genau den Sichtbereich haben. Und dann mit Escape einfach raus. Man sieht das schon. Und jetzt, wenn man automatisch in diesen Bereich hineingerät, dann löst das aus. Und wenn man den Bereich wieder verlässt, dann ist der Strom wieder weg. Standardmäßig ist das halt auf permanent ausgelöst dann. Man hat jetzt natürlich hier den Nachteil, dass wenn man hier durchgeht und hinter einem die Tür zugeht, man außerhalb des Sichtbereichs der Kamera ist und dadurch die Kamera nicht mehr auslösen kann. Dafür haben wir aber eine Lösung. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann klickt auf die Glocke und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr noch ein paar Fragen habt. Ich bin immer sehr überrascht. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch abonniert, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, wenn ich mir dann bei neuen Videos hochladen. Danke! Wir benutzen eine Kamera hier auf der Seite und eine andere Kamera hier auf der Seite. Das heißt, von beiden Seiten, die wir beobachten möchten, positionieren wir eine Kamera jeweils. So, jetzt gehen wir von einer Kamera zur zweiten Kamera und von dieser auf den Abnehmer. Das heißt, die schleift das Signal sozusagen durch. Und jetzt machen wir eine Stromversorgung auf die erste Kamera. So, man sieht das schon. Die ist jetzt noch auf der Standardeinstellung und nicht richtig ausgerichtet. Das heißt, das müssen wir auch bei der zweiten Kamera so einstellen. So, genau. Nur auf ausgelöst. Das war's. So, jetzt können wir das Tor von jeder Seite passieren, ohne ein Problem. Und voilà. So, gehen wir weiter. Wenn das schon funktioniert, gehen wir gleich weiter direkt zu den Drucksensoren. Wir haben hier verschiedene Ausführungen von Drucksensoren. Die großen Druckplatten. Hier. Die könnten wir jetzt auch noch genauso nehmen. Nehmen wir hier mal einen Stromabnehmer. So, gehen auf die Druckplatte und von der Druckplatte natürlich auf das Tor. Das funktioniert genauso. Man kann die natürlich jetzt auch von einer Seite auf den anderen draufgeben. genauso wie bei den Motion Sensoren, bei den Bewegungssensoren. Und von hier dann direkt auf den Abnehmer. Also da könnt ihr natürlich jetzt irgendwelche Turrets nehmen oder Selbstschussanlagen, Dark Traps oder was auch immer. Das funktioniert genauso. Hier würde es natürlich Sinn machen, wenn wir die Auslöseverzögerung auf ein paar Sekunden stellen. Dann bleibt das Tor natürlich offen. Die können wir natürlich auch wieder hier in Reihe schalten. Und dann abnehmen wir einer nach dem anderen. Man sieht das daran, dass sie orange werden, dass sie mit Strom versorgt sind. Das heißt aber nicht, dass sie ausgelöst sind. Man sieht das, wenn ich jetzt hier auf die letzte draufsteige, dass sie alle Platten aufmachen. Also dass sie alle auslösen, sozusagen. Ein weiterer großartiger Sensor sind eben die Stolperfallen. Die werden dazu benutzt, um, wenn man drauf tritt, um den Sensor auszulösen. So, nehmen wir hier mal ein bisschen Strom weg. Das lösen wir die Verbindung. Ich zeige einfach den Schalter auf die Stolperfalle. Okay, von der Seite dann von einer Stolperfalle zum nächsten. So, dann ist das so ein leicht bläulicher Draht. Und von dem hier auf den Abnehmer hier draufsteigt, dann passiert nichts, weil ich vergessen habe, den Schalter einzuschalten. Wieder zurück. Stromversorgung aufdrehen. So, jetzt funktioniert das, man sieht sofort, wenn ich hier direkt drauf trete, dann löst das aus. Die sind super, weil sie brauchen wenig Strom und das spart euch viel. Wie ich die Stolperfallen einsetze, um wirklich tonnenweise Zombies zu killen, zeige ich euch hier in meinem anderen Video. Ich verlinke euch das hier mal. Aber, das muss man natürlich auch noch schützen. Das heißt, diese Enden hier haben relativ wenig Health Points, die muss man dann halt abkapseln. Aber das ist kein Problem. Schaut euch einfach mal ein anderes Video auch noch an, zur Z-Killer Base. Da zeige ich euch das. Wenn ihr zum Beispiel solche Turrets habt oder Dart Traps, dann brauchen die extrem viel, extrem viel Energie. Wenn man hier mal drauf schaut, das sind 15 Watt. Das heißt, mit knapp so etwas um die 20 Turrets, mit 20 Turrets, könnt ihr so eine komplette Generatorbank schon komplett auslasten. Das heißt, die sind dann ziemlich schnell leer mit dem Sprit. Also könnt ihr mit Stolperfallen und Zeitschaltrelais euer Energiemanagement wesentlich verbessern und damit auch Energie sparen. So, ein weiterer Aktuator, beziehungsweise eine weitere Falle, die elektrisch ausgelöst wird, ist der elektrische Zaun. Und im Englischen auch Electric Fence genannt. Gehen wir mal hierher. Ich benutze die gerne in meinem Mörderhole, eben auch in diesem Z-Killer Base Video, schaut euch das kurz an, um die Zombies zu trappen. Weil wenn man da durchläuft, dann ist man etwas paralysiert und kann sich fast nicht mehr bewegen. Gleiches gilt natürlich auch für die Zombies. So, setzen die Hunden wieder Stolperfallen, verbinden die mit dem Strom. Den Abnehmer leiten wir gleich direkt weiter und von hier auf den zweiten. So, von hier dann auf den ersten Teil des Elektrozauns und von dem ersten Teil des Elektrozauns auf... Das hat er jetzt nicht ganz genommen, ja, doch so. Auf den zweiten. Man sieht das schon, wenn ich jetzt einfach mal kurz auf die Stolperfalle drauf trete, dann passiert nichts, weil ich das falsche Ende genommen habe. Ich muss wieder dazwischen draufsteigen. Das ist immer ganz kurzzeitig löst da aus, wenn man direkt draufsteht. So, und das ist sehr schmerzhaft. Wenn die Stromabnehmer, wie zum Beispiel hier der Electric Fence oder die Turrets die ganze Zeit ausgelöst sind, dann verbrauchen die dementsprechend auch schnell die Energie, die Ladung in euren Batterien, beziehungsweise das Benzin in euren Generator. Achtet bitte darauf, dass ihr immer genügend Ladung, genügend Benzin drinnen habt, in den Powerpacks, damit ihr da auch gut eine Nacht überstehen könnt. Und dieser ganze Spaß, die Spielerei hat uns jetzt nur in dieser Batterie besetzt. Ja, okay, war nicht so viel. Es ist sich hier ausgegangen mit dem kleinen bisschen hier. Aber man sieht schon, wir haben hier schon deutlich was reduziert und das nur noch ein bisschen herumspielen. Um Strom zu sparen, könnt ihr jetzt zum Beispiel Zeitschaltuhren für die Lichter nehmen. Oh nein, oh nein, ich habe ein Loch in mein Glas ausgeschossen. Ich repariere das später vielleicht. Was ich euch sagen möchte, diese Zeitschaltuhren, diese Zeitschaltrelais, die könnt ihr benutzen, um zum Beispiel das Licht zu steuern. Somit verbraucht ihr tagsüber keinen Strom. Und für den Kreislauf, für den Stromkreislauf, für die Beleuchtung, für eure Basis, die könnt ihr natürlich mit Solarbänken aufladen auf die Batterie, die machen dann keinen Lärm. Und die über die Zeitschaltur dann direkt steuern, um Energie zu sparen. Ist manchmal auch für das Ambiente ein bisschen angenehmer, für das Licht. Ich mag ja so Glasbesen mit einem Glasdach, wo man Sonnenenergie hat. Aber hier lasse ich das dann einstellen. Man geht hier rein, setzt natürlich jetzt nochmal auf die Zeit auf 11.30 Uhr. Das passt jetzt hier ganz gut. Das ist in ein paar Sekunden hokus pokus und es ist dunkel. Das habt ihr gesehen. Damit könnt ihr euren Stromverbrauch auf jeden Fall sehr gut steuern, auch wenn ihr zum Beispiel alle Schaltende, alle Sensoren permanent auf einmal habt. Natürlich könnt ihr auch dann die ganzen Aktuatoren, wie die Turrets oder die Sensoren benutzen, um eben die ganzen Fallen auszulösen, erst wenn Zombies in Sichtweite sind. Das spart euch extrem viel an Energie und an Benzin ein. Der Bewegungssensor hat den einen Nachteil, dass wenn er draußen sichtbar ist, er sehr leicht von PvP-Spielern zerstört werden kann, beziehungsweise von Zombies. Ich zeige euch das hier mal. Ich habe hier zum Beispiel nirgendwo einen Bewegungssensor und doch, wenn ich hier in diesen Bereich trete, öffnet sich meine Garage automatisch. Das trifft natürlich auch für mein Fahrzeug zu. Wie das funktioniert, zeige ich euch hier in einem anderen Video. Hier ist der Link dazu. Ich verlinke euch das hier oben. Schaut genau hier. Ja, ich schieße jetzt einfach mal drauf auf diesen Link. Klickt da drauf, dass ihr genau wie eine versteckte Kamera bauen könnt, die nicht exponiert ist und gut geschützt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, ein Abo oder schreibt mir in die Kommentare, falls ihr ein paar Ideen und Anregungen habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!